Also mein Haupterfolg mit Paleo ist bei mir hauptsächlich die Gewichtsabnahme. Ich habe mittlerweile 15 Kilo abgenommen und bin da auch sehr stolz drauf, weil ich immer nach einer Art Diät gesucht habe, die ich auch durchhalten kann. Ich habe schon vieles ausprobiert und habe dann irgendwie in der Mitte aufgehört. Und bei Paleo war es einfach so, dass man sofort Erfolge gemerkt hat. Und nicht nur diese Gewichtsabnahme, sondern auch mein Schlaf ist viel besser geworden. Das heißt, vorher war es für mich fast unmöglich, durchzuschlafen nachts. Und nach ein paar Wochen Paleo hat sich das schon geändert, 360. Und fand ich auch echt super. Vor allem durch den E-Mail-Support hatte man immer jemanden im Hintergrund, der einen so ein bisschen pusht und einem zeigt, warum man das Ganze macht und warum man weitermachen sollte.